Ein Beispiel kann Ihnen das, was vielleicht etwas theoretisch und kompliziert klingt, plausibel machen. Denken Sie an eine Familie. Sie verstehen, warum ein Mann und eine Frau sich zu einer Partnerschaft, einer Familie zusammentun, wenn Sie die individuellen Wünsche von A und B verstehen. Wenn Sie verstehen, dass es für den Mann und für die Frau Teil Ihrer Vorstellung des gelungenen Lebens ist, eine Familie zu gründen, etwas zu tun, was Sie allein gar nicht verwirklichen können. Nun liegt das Gelingen eines solchen Projektes aber nicht nur daran, dass A und B, zwei Personen, eine Familie gründen wollen. Sie müssen viel umfassender auch dieselbe Art und Weise oder annähernd gleiche Art und Weise von Familienleben mögen wollen. Das heißt, es geht nicht nur darum, eine Familie zu gründen, sondern eine gemeinsam geteilte Vorstellung, wie denn so ein Familienleben auszusehen hat, haben. Dabei ist nicht so entscheidend, welche Tapetenfarbe das Kinderzimmer haben soll. Darauf kommt es nicht an. Aber es kommt darauf an, dass Sie sich über ganz grundlegende Dinge des gemeinsamen Lebens miteinander verständigen können und ganz grundlegende Dinge dieses gemeinsamen Lebens miteinander teilen. Und noch mehr, noch tiefer. Es kommt darauf an, dass Sie sich gegenseitig als Menschen verstehen, die eine bestimmte Art von Leben leben wollen. Und das heißt, dass Sie sich verstehen als Menschen, die zu einer bestimmten Art von Leben hinstreben, die etwas erreichen wollen, was sie nie vollständig erreicht haben. Das liegt schlicht und einfach daran, dass unser Leben immer im Fluss ist. Dass in unserem Leben immer wieder neue Dinge passieren, auf die wir reagieren müssen. Dass wir in unserem Leben immer wieder neu vor Entscheidungen und vor Konflikte gestellt werden, die wir bewältigen müssen. Das heißt, wir haben das gelungene Leben, wir haben unsere gelungene Existenz nie als etwas fest und sicher in der Hand, wo wir dann sagen könnten, jetzt haben wir es und jetzt müssen wir uns nicht mehr verändern, sondern ein gelungenes Leben zu leben, ist eine fortwährende Angleichung und ein fortwährendes Hinstreben zu diesem Ideal. Ist etwas, was im Fluss ist. Hier können wir jetzt auch verstehen, worin genau der Nutzen besteht, den jemand von der Freundschaft hat und von der Liebe hat. Der Nutzen besteht natürlich zum einen darin, dass ich bestimmte Projekte wie eine Familie gar nicht allein verwirklichen kann, aber viel wichtiger noch, dass der andere Mensch dadurch, dass er mich in den tiefsten meines Wesens kennt, mir helfen kann, mein gelungenes Leben zu erreichen. Das heißt, dass der andere Mensch eine Perspektive auf mein Leben einnehmen kann, die beinahe ihn zu meinem zweiten Selbst macht. Auch wenn der andere Mensch nie die Einsamkeit, die ich dadurch habe, dass es mein Leben ist, was ich leben muss, völlig auslöschen wird können. Aber es ist doch so, dass er einen Blick auf mein Leben einnehmen kann, was beinahe wie mein eigener Blick ist. Nur ist es eben nicht mein eigener Blick, sondern dieser Blick ist gefärbt durch seine Perspektive, sein Verständnis vom gemeinsam geteilten, gelungenen Leben. Und dadurch ist der andere Mensch nun in der Lage, mir zu helfen, mein eigenes gelungenes Leben zu leben zu können und mir bei Entscheidungen in Krisensituationen zu helfen und ein Gespür dafür zu entwickeln, was es für mich heißt, mein gelungenes Leben zu leben. Das bedeutet auch, einen Menschen um seiner selbst willen zu lieben. Ihn nicht deswegen zu lieben, weil er einen Nutzen für mich hat, obwohl er einen Nutzen für mich hat, sondern ihn zu lieben, weil ich möchte, dass er glücklich wird. Dass er sein Ideal des gelungenen Lebens, was ein geteiltes Ideal des gelungenen Lebens ist, dass er sich dem möglichst annähern kann in seiner eigenen Existenz, in seinem eigenen Leben. Nun stellt sich hier natürlich ein Problem. Denn was heißt es genau, den anderen Menschen um seiner selbst willen zu lieben? Wir alle haben ja Eigenschaften, die nicht wirklich liebenswert sind. Ist es überhaupt möglich, dass uns ein anderer Mensch ganz liebt? Dass er uns liebt, so wie wir sind? Wenn es doch Eigenschaften gibt, die objektiv nicht liebenswert sind. Ich glaube, dass das Modell, was ich Ihnen versucht habe zu skizzieren, deutlich machen kann, was es heißt, einen anderen Menschen ganz zu lieben. Auch mit den schlechten Eigenschaften, die er hat. Mit den nicht liebenswerten Eigenschaften, die er hat. Stellen Sie sich vor, jemand entdeckt sich immer wieder dabei, dass er in bestimmten Situationen flunkert, dass er übertreibt oder dass er sogar lügt. Vielleicht, weil es bequemlicher für ihn ist. Vielleicht merkt er das auch gar nicht so. Vielleicht fühlt er sich manchmal unter Druck und tut das einfach. Zu dem Ideal seines gelungenen Lebens gehört das nicht. Er möchte schon ein ehrlicher Mensch sein. Zu lügen, nicht die Wahrheit zu sagen, ist keine liebenswerte Eigenschaft. Und entscheidend ist jetzt, damit der andere Mensch tatsächlich liebenswert ist, so wie er ist, dass der andere Mensch es nicht dabei belässt, zu sagen, na, so bin ich halt. Ich finde es ganz okay zu lügen. Ich finde es ganz okay, manchmal unehrlich zu sein. Was willst du? Sondern, dass der andere Mensch sagt, ja, ich wäre gerne die Art von Person, die Art von Mensch, die nicht lügt, sondern die tatsächlich ehrlich ist. Aber ich weiß auch nicht, mir gelingt das einfach nicht immer. Ich erwische mich immer wieder dabei, nicht die Wahrheit zu sagen. Der Mensch ist nicht nur dadurch definiert, was er faktisch ist, ist nicht nur dadurch definiert, dass man einfach beschreibt, was er tut und was er macht, sondern der Mensch ist ein Wesen, was auf ein Ideal hin ausgelegt ist, was er selbst in sich trägt. Das heißt, um einen anderen Menschen zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wie er sein will. Und müssen wir ihn verstehen aus der Spannung, die er lebt, zwischen dem, was er faktisch tut, was er wirklich lebt, und dem, was er gerne leben möchte, wer er gerne sein möchte. Und einen anderen Menschen, um seiner selbst willen zu lieben, heißt, ihn in dieser Spannung zu lieben, zwischen dem, der er faktisch ist, und zwischen dem, den er sein möchte. Das heißt nicht, dass wir nur das Ideal des Menschen lieben, weil das, was das Ideal des Menschen ist, zu seinem Menschsein dazugehört. Der Mensch ist dadurch bestimmt, durch die Spannung von Realität, Faktizität und dem Ideal, das er anstreben möchte, in seinem Menschsein. Und wir können einen Menschen um seiner selbst willen lieben. Wir können einen Menschen lieben, so wie er ist, weil wir, und insofern er, auf dieses Ideal bezogen ist und sich selbst in dieser Spannung von Faktizität und Ideal versteht. Wir können ihn nicht mehr lieben, und er ist nicht mehr liebenswert. Und kein Mensch kann um seiner selbst willen geliebt werden, wenn er daran fest, wenn er an der Faktizität festhält und sagt, gut, so bin ich halt, ich will mich nicht ändern, es ist völlig okay, wenn ich die Art von Person bin, die lügt. Man wird solch eine Beziehung schnell aufgeben wollen mit ihm, weil man ja auch nicht mehr einschätzen kann, ob man nicht selber auch angelogen wird und unehrlich behandelt wird und einem Dinge vorgemacht werden, die gar nicht stimmen. Und mit solchen Menschen kann man keine Liebesbeziehung und keine tiefe persönliche Freundschaft leben. Selbst wenn man sich wünschen würde, dass man diesen konkreten Menschen lieben können wollte. Aber das geht dann eben faktisch nicht.